Welchen Nutzen ziehen wir uns aus dem Hadith von Jibril? Die Pflicht gegenüber sich selbst. Das Wissen ist Gottesdienst und erfordert die Aufrichtigkeit in der Absicht für Allah und dass man dem Vorbild des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der rechtschaffenen Vorfahren folgt. 6. Sei strebsam mit Ehrfurcht und sei bewusst, dass Allah dich beobachtet. Sei demütig und sei nicht hochmütig. 7. Die Zufriedenheit, die Enthaltsamkeit, das sich schmücken mit der Schönheit des Wissens, Männlichkeit bzw. Ritterlichkeit, dass man von seinem Wesen her jemandem entspricht, der nach Wissen strebt. 8. Dass man auf ein Leben voller Genussgüter verzichtet, dass man sich fernhält von Versammlungen mit unsinnigem Gerede. 9. Dass man gütig ist, sich versichert über die Richtigkeit des Wissens, das man erlernt und das man sich vergewissert. 10. Hohe Strebsamkeit und hohe Ziele, die Unersättlichkeit im Leben, das Reisen, das Wissen zu festigen, die Obhut zu tragen, das auswendig Gelernte zu wiederholen. 10. Tiefes Verständnis zu erlangen, indem man nebensächliche Themen aus den Grundlagen ableitet, dass man sich Allah hingibt und zuwendet, die Verantwortung gegenüber dem Wissen und die Wahrhaftigkeit. 11. Der Schutz des Wissensuchenden ist, ich weiß es nicht zu sagen. 12. Das Bewahren des höchsten Gutes der Zeit, Verschnaufpause von Fachliteratur mithilfe von der Allgemeinbildung, das Beherrschen vom Koranlesen, das richtige Fragen, das Zuhören, das Verstehen und dann das Umsetzen, eine Diskussion führen ohne Augendienerei. 13. Das Wissen zu wiederholen, das Wissen sammeln aus dem Koran und der Sunna, das Beherrschen der nötigen Werkzeuge für jedes Fach, die Taten, die Flucht vor der Liebe für sich, hohe Position oder Berühmtheit im Diesseits zu erlangen, das schlechte Denken über sich selbst und das gute Denken über andere. 14. Die Pflichtabgabe dieser Kehr des Wissens, der Wahrheit zu folgen, die Tugendhaftigkeit zu verbreiten und die Laster zu verhindern, sowie das Abwiegen zwischen Interessen und Nachteilen. 15. Das Wissen zu verbreiten, die Liebe zum Guten, die eigene Position bzw. den eigenen Stand auszunutzen und Fürsprache für die Muslime zu halten, also für die Sache der Muslime einzutreten, um die Wahrheit und das Gute zu vertreten. 16. Ehre und Kraft, das Wissen bzw. das Gelernte zu pflegen, die Freundlichkeit, aber keine Heuchelei. 17. Das Hervortreten und Unterrichten zu unterlassen, bevor man dazu nicht berechtigt und in der Lage ist. 18. Den Standpunkt gegenüber den Gelehrten und Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten zu zeigen, Scheinargumente abzuwehren, keine Gruppe oder Partei zu gründen, in deren Namen man Loyalität zeigt und sich von anderen lossagt. 19. Für wen ist die Loyalität islamisch erlaubt? 20. Allah, sein Gesandter, den Anführern, den Gelehrten, allgemein Muslimen, aber nicht für eine Gruppierung oder Partei. 21. All dies sind Eigenschaften des Wissenssuchenden. 21. Dann das Recht gegenüber den Gelehrten bzw. den Shuyuch und den Lehrern. 22. Die Menschen spalten sich hierbei in zwei entgegengesetzten Gruppen und in eine Mitte. 22. In Kürze verdeutlichen wir, dass die erste Beigesellung Allahs, und zwar Shirk, Polytheismus, in seiner Anbetung auf der Erde aufgrund von der Übertreibung in Bezug auf rechtschaffende Menschen entstanden ist. 23. So müssen wir zu einer Mitte gehören in Bezug auf den Umgang mit diesen rechtschaffenden Menschen, ohne dabei über- oder unterzutreiben. 24. Die Mitte ist immer die Wahrheit, und die Wahrheit ist immer zwischen zwei Seiten, entweder zwischen zwei Irreleitungen oder zwischen zwei Erneuerungen. 25. Jedoch kann es keine Annäherung zu einer der beiden Seiten geben, denn sobald man sich von der Mitte und Wahrheit wegbewegt und etwas anderem außer diesem nähert, so bedeutet dies, dass man sich von der Wahrheit entfernt und der Irreleitung genähert hat. 25. Die Wahrheit ist die Mitte, und die Mitte ist die Wahrheit. Die Mitte ist kein Zusammenbringen von Wahrheit und Falschheit. 26. Dann das Recht gegenüber dem Ort, an dem man lernt. 27. Und das Recht gegenüber den Kameraden. 28. Allah sagt im Koran, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. 29. In Surah Ali Imran, Vers 110. 29. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, keiner von euch glaubt, bis er nicht das für seinen Bruder liebt, was er auch für sich selbst liebt, überliefert bei Bukhari und Muslimen. 29. Dann das Recht gegenüber dem Buch, bzw. dem Lernmaterialien. 30. Dass man die Bücher in gutem Zustand bewahrt, da diese Bücher eine Gnade von Allah an uns. 31. Darum ist es notwendig, diese gut zu bewahren. 31. Das Recht gegenüber dem Wissen, mit der Genauigkeit beim Wissen, seinem regelmäßigen Wiederholen und dem Handeln danach, da es eine Pflicht für denjenigen ist, der etwas lernte, dass er danach handelt. 32. Dann ruft er zu diesem Wissen auf, da dieses Wissen eine Gnade bzw. eine Wohltat ist und dass man dankbar für diese Wohltat auch ist. 33. Dann ruft er zu diesem Wissen auf, da dieses Wissen eine Gnade bzw. eine Wohltat ist und dass man dankbar für diese Wohltat auch ist.